Hey Friends! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video! Ich gehe einfach mal davon aus, dass jeder von euch schon mal ein Kind gewesen ist und wenn nicht, dann war er trotzdem eins. Jedenfalls kennen die doch bestimmt alle diese Kinder, die einfach alles werden wollen. Oder diese Kinder, die wegen jeder Kleinigkeit heulen. Da will man ihnen zum Beispiel mal ein Glas einschenken, wenn man denkt, dass sie das noch nicht selber können. Ja, ich ergebe mich. Und dann... Gibt es einfach diese Kinder, die einfach nie einsehen, dass auch sie mal Fehler machen. Die sagen dann immer... Was immer, immer bin ich schuld! Ne, du bist so ein Opfer! Was immer, immer bin ich schuld! Ne, ich bin immer schuld! Immer bin ich der totale Arschloch! Das hat doch überhaupt niemand gesagt! Irgendwann hast auch du mal einen Fehler gemacht. Jeder Mensch macht einen Fehler. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du irgendwie blöd bist oder so. Oder diese Kinder einfach nur unterbrauchen, reden. Oder erzählen irgendwelche Witze. Mein kleiner Casar hat mir immer so einen Witz erzählt, so mit diesem Oma und Fritzchen gehen spazieren und so. Und dann mit dem Geld, das er aufheben will, so. Dann sagt er so... Und dann mit dem Geld auf dem Mond einen 6-Euro-Schein. Aber... Bro, also lass das denn wissen. Früher habe ich in so einem riesen Hochhaus gewohnt. Und dann nebenan hat mein bester Freund gewohnt. Mein damaliger bester Freund. Und mit dem wollte ich mich immer treffen. Ich habe ihn angerufen. Oder bin zu ihm hingegangen. Wollen wir zusammen Kaus spielen gehen? Nein. Ich muss gleich an ihn schauen. Allein dieses Wort, ich muss... Oder aber auch... Hey, wollen wir zusammen spielen? Okay. Komm ich zu dir oder kommst du zu mir? Du kommst zu mir. Ich sag, mein Geld ist mal schon bei dir. Ich bin's doch gar nicht. Ey, ich bin doch ein Muster, weil ich mag mich nicht. Nee. Toller Freund, ey. Oder diese Kinder, die schon mit 7 oder 8 ein Smartphone besitzen. Und zwar nur, damit sie nicht ihren Eltern und Geschwistern oder ihren Eltern den Akku wegzucken. Ich habe erst seit der 8. Klasse ein Smartphone. Yo, das war's schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben und einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen ist. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr diese Kinder vielleicht kennt oder ob ihr die selber gewesen seid oder immer noch seid. Äh, pff. Ja, hier kommen wir zum letzten Faktenvideo und hier zum letzten Jahr. So ist das Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.